Der Moktau, die Red Wing-Ikone schlechthin und das Modell unserer Kollektion mit dem größten Wiedererkennungswert. Nicht ohne Grund wird dieser Jagd- und Freizeitschuh seit 1953 unverändert hergestellt. Der Moktau weiß definitiv optisch zu überzeugen, mit seiner prägnanten Mokassi-Naht, die vorne am Schuh verläuft und die weiße Traction-Tread-Sohle, die dem Träger die perfekte Dämpfung verleiht, aber auch kälteisolierend wirkt. Das Oberleder wird in der hauseigenen SP Foot Tannery gegärbt und der Moktau, wie alle Modelle unserer Kollektion, ist Goodyear-Welted, das heißt rahmgenäht. Man kann den Schuh in all unseren Filialen abgeben zur Neubesunung. Letztlich ist zu sagen, dass der Moktau, wie alle unsere Schuhe, immer noch in Red Wing, Minnesota, USA hergestellt wird.